Weitgehend unbemerkt, selbst in musikinteressierten Kreisen unserer Gesellschaft, blieben die vier Jubiläen des Jahres 2022. Der 200. Todestag E.T.A. Hoffmanns, der 175. Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Schwester Fanny Hänsel, sowie der 125. Todestag von Johannes Brahms. Die Lebenszyklen aller vier Musikschaffenden umspannen eine Epoche, die gleichermaßen künstlerisch wie gesellschaftlich prägend war für Deutschland, die Romantik. Ihre Musik steht im Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe der Musikakademie der Stadt Kassel, Louis-Spohr. Vom 14. bis zum 30. November schlägt die Reihe einen großen Bogen, vom Biedermeier bis ins Fin des Siecles und spürt dabei dem Romantischen nach, vor allem aber nicht nur in der Musik. Vom 14. November schlägt die Reihe einen großen Bogen, vom Biedermeier bis ins Fin des Siecles und spürt dabei.